So Leute, ganz kurz, dieses Video wird ohne meine Stimme sein, weil ich habe AudioCity und den ganzen Scheiß noch nicht so richtig drauf und genau das nächste Gameplay wird mit meiner Stimme und den Jungs sein. Das ist jetzt nur mit den Jungs und ich hoffe ihr akzeptiert es, wenn nicht, dann schaut es euch an, also ich hoffe es gefällt euch, das ist ein Clan gegen Clan Video, wir haben diesen Clan richtig zerberstet, so wie die anderen alle auch, aber nicht so dominant, also macht's gut. Ich gebe den Pugel. Nur drei Monate gibt es jetzt. Ja komm, ich kann mich sagen, ich bin dran. Belingen in Führung. In der Benutung von Knopf noch ein Sekund. Ja, die soll ich auch so. Ich habe 2 0. Ich habe bei dir aber noch einen Monat von mir schon. Schmerz, 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 Schmerz. Schmerz, Schmerz. Schmerz, Schmerz. Schmerz, Schmerz. Schmerz, Schmerz. Du bist so gar nicht der Zeit, weißt du? Zeit, 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 was aufs! Junge! Ja, das sind 2, Arne. Was mache ich gerade, Arne? Irgendwas. Der Nils von Skarner ist echt mein Zieler. Du musst halt 1 Vergriffe machen. Schwere, Jungs. ich bin ein zweiter mein englisch ich hab gerade eine Runde gelaufen ich treff die einfach nicht, ich schwör's dir da pack eh noch drauf wir sind schon weg 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 ja da kommt einer nein, ich hab was vorwärts bekommen eigentlich sind wir vorwärts nach uns wurde getötet einstehen bereich die sind ganz sinnlos aber da sind Fenster oben vielleicht fragt er sich die Fenster ja, da steht der Fenster da unten ich treff ihn mal als erster aber ich fall immer da mein scheiß vielleicht hab ich mich mit dem Kopfspitzer oh verbindeter Helikopps wir kriegen ja doppelte Tee für unsere Flammen gell oh, trotzdem ich hab die doppelte Tee ich hab ihn nur geförstet ja, damals war wegen der vierten Spiel ich kann Bock mehr machen du weisst du wie lustig ich hab Chance Leibchen wir haben nur dagegen gespielt da haben sie nichts vor mir aufgelegt der 2 und Sexualocir Brenner alle drei nacheinander wir verdeid haben man sagt und sie sudiert weistro alle wegen Türken ich ganz schlecht leidенно Er liegt an der Seite am Ende. Hä? Scheiße. Ab ihn. Feindliche Satkom gesichtet. Wie Astro. Ja, ja, ich war heute da oben. Ja, wir sind alle betrogen, wir sind alle betrogen, Alter. Minakolm. Ich glaube, wir sind da oben. Vielleicht noch einen da oben. Da sind zwei. Alles klar, gewusst. Scheiß fern, du kommst ja wirklich hier hinlegen, so wie... Wie hast du... Junge, lass dir doch, ich hab' hund. Ja... Ich sag doch was. Ja. Hab' ich. Ich will den Hund haben. Ich will den Hund haben. Ich will noch einen. Ich soll noch einen abstimmen. Ich will den Hund. Ich will den Hund. Und... Ich will den Hund. Ich will den Hund. Ich will den Hund haben. Ich will den Hund. Ich will den Hund nehmen. Ich will den Hund. Verbindet der Satkom aktiv. Noch drei Kiefer anbestimmt. Oh, ey. Ich will den Hund. Ich will den Hund. ich bin du holst ich schieb oh fuck ich hab einfach einen Hull gefickt, dass ich den überleben oder? Scheiße, ey ich hab mich nicht getroffen die Leute sind ja, komm, scheiße ich hab gleich diesen Maniac, Maniac sag uns bereit ey, Mann ja ey, wie ist das denn zu? ich schieb hier ich bin gerade nur assist zu kommen er ist gerade noch assist geschützt bereist zu meinem häng ihr weg, hörst du auch die Schildkreis mit dem Sinn ich glaub du regnst das zu? weißt du gar nicht ja, ey ich bekomme ja keinen Zimmer nur assist ja, geht Nein, ich setz dein Arsch noch nicht, ich lasse es dir. Junge, ich beende mich mal zu viel zu. Ja, ich rede doch kein Schimpf mehr. Ja, ich beende mich mal. Und zwar ein von meinem Ding. Ja, endlich. Juggernaut. Verbindet der Oracle Online. Ey, ey. Ey, du willst mir fallen, lass ihn hier. Ey, mach mal ein Schimpf, Alter. Verbindet der Armenian Juggernaut Munche. Oh, eigentlich ist die ganz große. Warte ich mal, warte ich mal, warte ich mal. Wir haben noch drei Kinder. Lass ihn doch wirklich zu wenig aussehen. Schau so, letzten Kill. Ja, letztes Kill. Ich komme eigentlich mal aus. Wunderbar, Ghost. Das war gut. Der lag neben meiner Fichte einmal. Und wo ist die Roll? Ich glaube, sie so mit Decken übernehmen kann sein. Nein, ich bin nicht los. Guck mal, sei ich die hier. Doch, ein Kerl hat mir gefehlt. Nur an. Das war gut. Ich bin nicht los. Du, ich bin nicht los. Du, ich bin nicht los. Bis zum nächsten Mal. Ich bin nur ein Kerl und du ja. Ich bin nicht das, ich bin gefördert. Wir haben den Ballon. Wo bin ich ihn nicht vor? Nein, das war meine Erachtung. Bedeutung wurden gesagt. Vielen Dank.